Ich schaue Daniel TV mit dem iPad 2 und dem Lenovo IdeaPad K1 hier im Ausnaheinsatz. Wir sehen können, wir sind im freien Sonneneinschaum und beide haben die maximale Helligkeit. Und wenn hier ein bisschen Schatten ist, dann seht ihr beim IdeaPad eigentlich auch hier schön das Display. Wir haben jetzt absichtlich das Bild nicht rotiert, aber ihr könnt erkennen, eigentlich kein allzu großer Unterschied, beziehungsweise das Bild hier ist einfach etwas dunkler auch von dem Hintergrund her. Aber der Bildbetrachtungswinkel ist auch recht angenehm, wenn wir schon dabei sind. Die Dicke ist auch ein kleines Manko von dem IdeaPad, aber dafür kann man da die Rückseite austauschen. Und ja, ansonsten vielen Dank für die Zuschauer und mein Level TV. Das war ein kleiner Außeneinsatz hier mit dem Lenovo IdeaPad K1 und im direkten Vergleich mit dem iPad 2. Bis zum nächsten Mal.